herzlichst begrüßt meine lieben brüder und schwestern zu dem spiel resident evil revelations vers 19 19 wir sind in episode 7 regia solis gut genommen rein und ich habe ja hier ja eine lösung rechts am schlepptop ja jetzt kommt wieder was ja ich verstehe es leider ja wieso ist der zinnobir oder aus in ihrer misur jetzt weiß keiner sind zwei schiffe oder wie das verstehe ich nicht genau wir hatten da so ein boss kampf oder weil ich will noch wissen den einen ein handabdruck fehlt uns noch kann man das noch nachträglich holen möchte ich gerne sich nämlich ziemlich am anfang wo man ganz am anfang am schiff waren also um das erste mal das schiff betreten haben da da wurde eine tante war da müsste noch ein ob man da noch mal hin kann oder ob ich das ganze spiel noch mal spielen muss also wurscht jetzt wir sind wir haben dieses lustige ding scharf gemacht oder so wie auch immer und irgendwas haben wir hier noch am schluss kurz noch eingesammelt das ist jetzt auch wieder weg das müssen wir jetzt noch mal sammeln und so jetzt irgendwas irgendwas haben wir da nie hatte und wirkt jetzt ja ja spezialzubehör prima genau und was ist da noch also also da war das spezial spezialzubehör davon war ein handabdruck gab ich oder den haben wir aber und jetzt haben wir alles oder also alles wichtige was habe ich denn da für eine waffe ist ja wurscht und jetzt kommt was blödes also in der lösung steht dass ein zeitlimit von fünf minuten jetzt dann kommt da bin ich jetzt mal mäßig also schwer gespannt haben wir jetzt alles ähm wir müssen wieder da rein wo der boss kampf war und ähm jetzt kommt ein zeitlimit von fünf minuten komm geh her komm ich will dass das irgendwie das noch speichert größeres magazin war das das ja gut ähm gut und wir müssen wieder rein und dann kommt ein zeitlimit von fünf minuten und da steht man muss sich da vorankämpfen und äh ja da bin ich jetzt mal geht durch die einzige tür die sich öffnet ähm ich mag nicht komm jetzt mal war ja komm jetzt jetzt mag nicht ähm da haben wir jetzt alles oder denke ich weiß es nicht also wo öffnet sich denn jetzt da also ist ja wo und wo ist da geht es rein und jetzt müssen wir schnell in fünf minuten durch hallo und wohin ich weiß es nicht so jetzt wird sie ähm jetzt kommt der ich bin ja gespannt wie das jetzt funktioniert oh ja da sind ja viele lichter naja sind wir mal mäßig verspannt und äh ja äh 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 code code ich gebe dem gleich ein code huch achso das ist sein bad ja die hier eintrittet lasse dantes inferno falls du es wissen willst huch hoppla hm 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 dante inferno steht über dem tor zur hölle ähm die hier eintrittet und now kontrollraum aufsuchen speichern also alles liegen lassen alle umhauen äh weiter gehen ah jetzt haben wir oh ne einfach weiter gehen liegen lassen wobei ja auf die fässer schießen ja unten steht da ein haaa laufen lachen tanzen singen springen ja toll wo ist denn der kollege einfach weiter oder an ein ein lift rein am knopf hauen and now kollege ist da das ist so lustig immer wenn man einen kollegen hat und man drückt am liftknopf der ist auch gar nicht drin aber sobald man am liftknopf drückt ist er drin und und wo müssen wir jetzt hin ja ja toll ja wie denn ich hab doch schon gedrückt oder bin ich blöd bin ich nicht blöd ich hab doch schon gedrückt sag jetzt nicht dass äh oh wei ja wo müssen wir hin da runter da da äh wie komm ich denn da hin treppe ruht treppe ruht ah treppe runter da hinten treppe ruht auf die fallen obacht passen wo geht wo gehe ich denn da rüber einfach da rein oder oh alles zu zubehör haben wir auf die falle ah komm und jetzt äh komm jetzt da rein oder ja komm alle haben irgendeine Errungenschaft jetzt da rein wir haben irgendeine Errungenschaft ja 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 quatsch nicht lang aha da kannst du gar nicht schießen und jetzt rein oder fertig ist hier die steuerung äh da komm ha haben wir sie ha 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 hat ihn und und wir haben eine verrungen die schauen wir jetzt hoppla schnell an warte blablabla lassen wir den doch schnell flieg mein vogel flieg uav unterprägungsfreie stromversorgung usv ne hoppla oh hallo aber hallo alter schwede satt dreisatt oh ne so jetzt schauen wir mal schnell welche Errungenschaft hoppla hast du gesehen war ein bisschen knapp äh weichen sie skack skackdecks tödlichen attacke aus war das hier von der schippe springen weichen sie skackdecks kack dead dead tödlicher also von der schippe springen haben wir da jetzt oh wow 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 ein tsunami tsunami das ist bei bei leuten die abnehmen muss wenn die plötzlich eine tsunami haben äh jetzt haben wir alle haben wir ein fertige hallo episode 7 ende weiter ja 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 donuspunkte verspeicherung jetzt haben wir aber alle speicherplätze schon voll oder kann nicht mehr mag nicht mehr kaffee pause speichern beendet warte 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 ich will es jetzt selber speichern auch noch jetzt haben wir aber keinen platz mehr da einen haben wir oh weia äh machen wir den oder einen hab zwölf zwölf feierplätze zu autospeichern das wär der gewesen episode 8 äh zurück und jetzt weiter ja jetzt schauen wir mal was jetzt kommt episode 8 oder ne schauen wir mal was jetzt kommt ah ne bei resident evil revelations nicht schon wieder kommt dasselbe Mist wieder ähm episode 8 alles oder nichts wenn der quatsch dauert mhm mhm da ist das video länger als das spiel mhm prima also jetzt machen wir noch ein bisschen weiter hier freunde aha ah jetzt kommt der tsunami das wusste vor 20 jahren wusste keiner was ein tsunami ist hier bei uns jetzt wissen wir es alle dank fernsehen äh alles nichts oder äh alles oder nichts oder ja ah episode 8 freunde rein in die gute stu stu oh ne jetzt kommt schon wieder wieder telefon hallo ich war nicht mehr genießt die luft solange ihr könnt und wechselt auf die waffe äh da läuft dann ein bisschen raketen mehr vorhandabdruck wenn ich wo kann man das nachschauen wie viel handabdrücke man schon hat kann man das einmal schnell sagen aber dieses mal wirst du dir die finger verbrennen na gut mach halt mhm grad schön lang ähm jetzt habe ich 19 von 50 errungenschaften aber ich krieg sowieso nicht alle weil die sind zum teil wieder hirnrissig der raubzug modus da muss man den drecks raubzug modus auch noch spielen aber alles auf s auf stufe s abschließen das geht gar nicht dann kannst drei jahre spielen ok freunde jetzt sind wir wo sind wir jetzt äh wo ist denn die tricks wo sind denn da die handabdrücke illegales zubehör 1 von 40 gibt es da 40 oder wie ich kann nicht mehr pistolenmodus und ähm schlüsselobjekte wo ist denn da grundwissen über das spiel da steht jetzt aber nicht drin äh wie man die drecks dinger aufmacht oder gesundheit aufladen ausweichen das geht nicht zum richtigen zeiten plus a können sie ein linker stick vor oder zurück plus a da dreht sie sich nur um die kollegin ein physischer angriff wenn ein feind schwächelt halten sie auch gedrückt das habe ich auch noch nicht äh na wie man die drecks dinger macht äh die die den schaltkasten steht nicht drin also irgendwann haben wir aber alle schlüssel und dann können wir das ganze schiff betreten und auch noch mal schiffsplan schiffsplan ja das nutzen wir jetzt nichts aber da ist noch ein schiffswarteartikel und einsatz wo sind denn die drecks handabdrücke eins fehlt noch ja eins fehlt noch und wo sind jetzt die dämlichen und da geht es wieder von vorne los grün ist gehört und da ist jetzt der schiffsplan ähm und grün was heißt grün grün da sind wir gerade waffenkiste und äh irgendwo in dem drecksschiff haben wir ist das jetzt das andere welches schiff ist denn das jetzt laderaum kielraum wo haben wir angefangen quarterdeck quarterdeck mannschaftsquartier da glaube ich haben wir angefangen oder solarium da waren wir schon notfallkommunikationsraum casino aussichtsseck alle das ist das mit der uhr oder kafeteria promenaden promenadendeck ist das da unten was ist das spiel machen obere ne das war irgendwo in den kabinen untere kabinen das war irgendwo in dem wenn wir das jetzt wüsste brücke da irgendwo da vordeck ne da war es nicht ne so wurscht jetzt ähm na gut au oh oh ne sag jetzt nicht pause was ist jetzt kaputt warte ich mag nicht mehr ähm lauft dann ein stück geradeaus und schiller und parker nehmen wir jetzt ein unverweiliges baut schwimmt schnell durch den überflutenden gang vor euch und öffnet die tür die euch wieder in den container raum führt alles raus oder schwimmen 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 da jetzt raus oder ne ja schicke grafik ganz nett aber ah luft luft jetzt da steht noch einer und genau ich glaube ja jetzt soll kommen ähm äh rechts solltet ihr schon den raketenwerfer bemerkt haben welchen ihr einsammelt unter wasser oder wie äh also da muss jetzt ein raketenwerfer sein ähm wir sind jetzt da drin witzig waffenkiste da ist eine waffenkiste ich glaube es jetzt nicht ähm pause pause da muss ein raketenwerfer sein unter wasser oder wie ich sehe keinen da ist was warte da jetzt jetzt komm ah ja ne warte mal warte ja dann ist meine waffe weg warte ich will sie was habe ich denn jetzt weiß keiner ah ja kann ich nicht wechseln auf die waffe die am wenigsten muss wenn ich die jetzt nehm waffe wechseln ja raketenwerfer aufgenommen jetzt liegt meine schicke ja ist ja wurscht jetzt äh so jetzt haben wir den raketenwerfer äh taucht unter den container hindurch wo ich eine tür oberhalb einer kleinen treppe sehen könnte da ist was impulsquandate da oben werkt schon wieder einer da werkt da werden zwei jetzt gehen wir da raus oder ah ne nicht ich will raus kommen wir da jetzt nicht raus auch jetzt ergebenwerfer glaub's nicht ja der ist mir zu langsam hä was habe ich denn jetzt da ist ich will jetzt die andere waffe wieder da ist der ding ich will das andere er kommt das ist alles scheiße wo ist denn jetzt der raketenwerfer weg da habe ich nichts mehr habe ich nichts mehr mag nicht mehr so also ein spezialzubehörer äh läuft an der zweiten leiter zunächst vorbei und betretet den kontrollraum an der zweiten leiter was für eine zweite leiter da ist eine waffenkiste jetzt warte funktioniert also da sind wir reingekommen warte aha waffenkiste herze komm ähm ich brauche jetzt wieder so eine dreckswaffe warte windhelm ma da ist nichts wieso ist denn da nichts wo ist denn mein drecksraketenwerfer ist ja weg mp5 äh nehm mal warte mal mp5 hm entschuldige gleich habe ich es warte was nehmen wir denn AUG ähm ne warte das ist ne warte da schnellfeuer p90 feuergeschwindigkeit 10 nimm mal das da komm äh fertig oder äh und jetzt haben wir das warte warte das nehmen wir jetzt laufen wir wo ist denn jetzt mein drecksraketenwerfer wo ist das einer oh ne hier leuchtet schon wieder alles äh also das ist so wieder irgendwas im Busch herkommen äh warte entschuldige wo ist denn jetzt äh jetzt leuchtet wieder nichts mehr das Spiel macht mich fertig äh so da drinnen machen wir da alles zu wir müssen da rüber warte äh links oder äh läuft an der zweiten leiter vorbei was für eine zweite leiter jetzt musst du da rein oder mischt da oder da oder oh ne da ist alles so okay alles nichts oder wie lange spiele ich äh ein paar minuten haben wir noch da leuchtet es immer noch ein Handabdruck äh warte Handabdruck warte äh betrete den Kontrollraum hier liegt einiges Ammunition außer ihm befindet sich am Fenster also jetzt nehmen wir den Handabdruck Handabdruck da ist keine Reaktion so jetzt haben wir den Handabdruck da leuchtet es immer noch jetzt leuchtet es nicht mehr das macht mich fertig wenn man da wegen jedem Mist immer scannen muss äh es ist ja irgendwie unlogisch oder dass da plötzlich dann Munition blinkt und jetzt gehen wir da wieder raus oder und jetzt äh sind wir da wieder an dem Aufzug jetzt warte da ist die Waffelkiste da waren wir grad da waren wir grad so und jetzt Waffenkiste Handabdruck 23 steht hier in der Lösung äh platziert den Raketenwerfer zunächst in der Kiste ja habe ich den ist da vorne hatte ich ihn noch ist der weg oder wie ist der weg da vorne hatte ich ihn noch liegt der jetzt da ne hab keinen Raketenwerfer ich bin noch nicht fertig entschuldige warte liegt jetzt aber nicht noch im Wasser oder ich bin irgendwann fertig hier was sag ich da was liegt denn noch eine Munitionskiste Magnum so der Drecksraketenwerfer ist weg der war zuerst da oder na gut okay lass uns mal so jetzt müssen wir da jetzt müssen wir wo geht es denn jetzt raus ähm nun geht es zurück zur zweiten Leiter zweite Leiter ach die da jetzt warte da jetzt runter oder so äh ah da ist schon der aus warte kurze Kaffeepause also nun geht es springt jetzt Wasser an den Tag zu markierten Türen nehmt im Gang die besondere äh also da müssen wir jetzt irgendwie weiter und da ist sonst nix mehr oder ne nochmal Luft holen so jetzt da durch oder weiter hat da ist einer auch bitte da liegt nun zu was soll wie soll ich den abschütteln ich kann nicht mehr jetzt ist der weg Luft holen komm ach komm ich hab keine Luft mehr ja ach komm Luft 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 so jetzt haben wir Luft so da ist sonst nix mehr ist da jetzt äh ist dieses Treppenhaus warte entschuldige ja ne nicht mehr da komme ich ja doch nicht mehr überall hin genau da blinkt da so auch mal alles jetzt da raus oder komm ach nee da taucht nun bis ganz nach unten äh taucht nun bis ganz nach unten überhaupt nicht mehr und öffnet die Tür welche Tür denn ich sehe keine da oh ne schloss entfernen speichern oh ne jetzt sind wir da äh äh folgt den Gängen und ihr kommt an einem offenen Gitter in der Decke vorbei äh schwimmt dann weiter äh Einstieg also wir sind wo sind wir denn weiß keiner einfach weiter oder bin ich jetzt falsch rum da schon wieder jetzt bin ich schon wieder irgendwo so und jetzt darum oder nee jetzt bin ich wieder falsch oder oh weia jetzt bin ich wieder falsch nee warte äh oh naja komm da jetzt bin ich falsch jetzt bin ich völlig falsch jetzt bin ich wieder in dem Schiff ah komm jetzt bin ich völlig falsch ich mag nicht mehr jetzt mal im nächsten abend befindet sich typ da kommen wird es immer also da sind wir falsch irgendwie, dann gehst du da wieder raus, oder? oh bitte, da jetzt, warte wenn ich jetzt da rechts war, da bin ich wieder falsch ne, ah ne, da waren wir schon mal da waren wir schon mal da waren wir schon mal so, also jetzt wenn wir da rauf gehen, müssen wir rechts weiter rechts weiter tolles spiel, muss man schon mal sagen jetzt bin ich schon wieder weg es ist zum Mist schreien da ist zu dann da rein dann da rein ah ne ah, warte, da rechts war Zubehör warte ach, jetzt weiß ich's aha da, aha, warte moment ah, ne warte, jetzt müssen wir noch mal zurück warte also, jetzt gehen wir da noch mal zurück da ist Zubehör warte, Moment kann jetzt drei Jahre dauern da war um die links, um die Ecke Zubehör oben aha, jetzt, oder? ah, da waren wir schon mal ah, das, ah, jetzt, warte da ist das, warte und jetzt sterbe ich gleich ne, warte da ist das Zubehör nehmt die Tür links Spezialzubehör ah, da war noch mal eins naja wo wollen das da rein da geht's nicht doch, da geht's sorte da war irgendwo jetzt warte, hier ist Luft warte, Moment hier ist Luft jetzt glaube ich, sind wir schon mal zwei Meter weit da ah, da könnten wir raus warte, war dann nicht war dann nicht noch äh, Zubehör da oben war so ein runden Ding irgendwo hier quasi da hätte noch irgendwo eins sein müssen nein, ist ja wurscht jetzt äh nochmal ne, da müssen wir eins gehen wir mal lieber raus ne, falsch jetzt, so jetzt gehen wir raus komm oder? ähm äh hier sind wir aber richtig oder? das ist ja wurscht ein Ding haben wir vergessen das ist ja wurscht jetzt so so ah ah nee jetzt sind wir wieder doch falsch, falsch äh komm äh ähh die hab grad die Luft mehr mhm mhm h jetzt wenn ich sterbe dann sind wir wieder irgendwo irgendwo da warte ah also jetzt sind wir hier auweia war ja da bist jetzt ein pauschal schritte ich komme muss jetzt mehr in die richtung sein oder dort geht es daraus da waren wir schon mal oder das immer falsch das spiel macht mich fertig oder bin ich da richtig da bin ich oder jetzt hatte das habe ich gemeint so jetzt waren wir bei dem jetzt nur bei dem spezialzubehör jetzt müssten wir in die richtung irgendwie da ist schon wieder in die richtung ne falsch bitte komme ich hier raus ich werde hier nie durchkommen da sind wir schon wieder falsch ah bitte jetzt bin ich schon wieder falsch da geht es doch da geht es durch bin ich aber schon wieder falsch ich mag nicht mehr jetzt bin ich komplett falsch wir müssen da hin die richtung wir müssen irgendwie da in die richtung das muss ich jetzt fertig machen tut mir leid dann mal da in die richtung da genau da geht es aber auch nicht weiter jetzt tut mir leid ich muss das jetzt so fertig da raus ah nee da waren wir aber schon jetzt 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 habe ich jetzt sterbe ich da da jetzt sind wir da oder da müssen wir hin jetzt bin ich da ein paar schritte und ein grösser mit braben der spielhalle ich bin doch aber da ne sag jetzt nicht bitte nicht ach komm jetzt mach ich nicht mehr wir müssen da rein jetzt mach ich mal aus pause also tschüss bis gleich